Waddup, waddup. Ihr sitzt jetzt gerade im Büro von meinem Daddy in Ungarn. Wir sind gerade heute vom Familien-Ski-Urlaub zurückgekommen und ich habe, wie versprochen, ein paar Bilder für euch. So, wir fahren jetzt gerade die Gondel auf. Es ist voll ableblich. Aber hoffentlich ist da oben ein besseres Wetter. Chris! Wow! Ich habe die Kamera leider die ganze Zeit in der Hand gehabt, also hat man von mir nicht so viel gesehen. Und ich war leider nur am ersten und am letzten Tag dabei, weil ich dazwischen ja einen Auftritt in Wien gehört habe. Ich habe da schon ein Video online gestellt, aber hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Wir werden nie wieder frei und nur so sind. Wir werden nie wieder weiter. Eine Sache wird die Liebe, sie wieder her. Alle sollten deine Liebe, sie wieder her. Eine Sache ist die Liebe. Eine Hand weit weg von hier. Ich kann alles vor mir sehen. Eine Sache ist die Freiheit. Meine Schmerzen und keine Leiden, deine Tränen sind vorbei, es war ein super cooler Auftritt, das war's eigentlich, also mehr ist die Woche nicht passiert, ich war zuerst am Snowboarden, dann war ich in Wien, hab den Auftritt gehabt, dann bin ich zurück von Kärnten, wieder Snowboarden, und heute sind wir gerade in Ungarn wieder zu Hause angekommen, und morgen fahr ich dann wieder nach Wien raus, das war's für die Woche, wir sehen uns nächste Woche, ciao! Vielen Dank!